Musik So, hallo ihr Lieben, ich bin der Björn, sitze hier gerade bei uns in der Küche drin und versuche jetzt mal dieses Video zu machen. Zweiter Anlauf, ja, ich selbst bin vom Beruf her Fachdozent im Gesundheitswesen drin und dazu auch noch Statistiker zertifizierte und war seitdem von Anfang an schon irgendwie, war das alles hier für mich ein schlechter Witz gewesen. Ich habe mich dann mit Kollegen kurz geschlossen, bin dadurch in den Statistikerbund eingetreten und ja, irgendwie konnte keiner verstehen, was hier genau abläuft. Ich habe bei einer Schülerin vom Herrn Bakhti Unterricht gehabt, bin mittlerweile still, habe ich auch mit ihm Kontakt schon aufgenommen gehabt. Ja, es sind Sachen, die einfach abstrus sind, die hier ablaufen. Ja, es ist eine sehr bewegende Zeit, man könnte eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ich habe mehrere gute Freunde verloren, in Anführungszeichen. Einer davon ist wirklich gestorben, der wollte nicht behandelt werden, hatte absolute Angst vorm Krankenhaus und ist dann einen Herzinfarkt erlegen. Abends auf der Couch hat man ihn morgens gefunden, hat sich abends extra von seiner Frau runtergeschlichen, mit einem Zettel daneben, egal was ist, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Ja, anderer guter Freund von mir ist vor 20 Jahren mit seiner Familie aus dem Jordan hergekommen nach Deutschland und jetzt haben ihn seine Eltern vor, es war jetzt schon im April schon gewesen, angeraten. Nimm deine Familie und geh nach Schweden zu unseren Verwandten. Er ist in Schweden, ihm geht es gut in Schweden. Ich habe ehemalige Kommilitonen, die in Schweden arbeiten, im Gesundheitswesen drin, da läuft alles super. Auch in Norwegen sieht es mittlerweile wesentlich besser aus als hier. Ja, das sind einfach unverständliche Sachen für mich teilweise. Ein anderer Freund von mir aus Weißrussland, Stämmich, ist zurück nach Weißrussland gegangen mit seiner Familie. Seine Frau war Intensivkrankenpflegerin hier in Frankfurt in der Uniklinik, war auf Kurzarbeit jetzt gesetzt. Auch das Anzeichen für den großen Virus. Ich selbst halte auch mittlerweile nicht mehr davor zurück. Ich hatte jetzt den Fall gehabt mit einer Schwangerin, die zusammengebrochen ist unter der Maske drunter. Und seitdem sage ich auch meinen Schülern, Leute, tragt die Maske nur dann, wenn es unbedingt nötig ist, wenn ihr zu gezwungen seid. Ja, das ist kein Witz, mit diesen Masken krumm zu laufen. Und ich finde es unverantwortlich, was hier einfach läuft. Und ich bin total entsetzt und enttäuscht von unserer Regierung. Ja. Habe für mich selber auch ein Ultimatum gesetzt. Habe selber drei Kinder hier, die schon gelitten haben, jetzt unbefugt in Quarantäne drin. Obwohl sie Test-negativ sind und beim zweiten Test immer noch negativ waren. Und trotzdem mussten sie 14 Tage in Quarantäne bleiben, obwohl überhaupt nichts war. Und ihre Geschwister auch noch, obwohl sie jetzt überhaupt niemanden Kontakt hatten, der Corona hat. Das ist echt eine schlimme Sache, was ich absolut auch eine Frechheit finde. Ja. Schlimme Zeit. Ich mache was. Ich bin mit Lagen aktiv. Ich bin im Statistikerbund aktiv drin. Und wer Hilfe braucht, wer kann sich gerne an mich wenden. Ich versuche das zu machen, was ich kann. Ich bin im Schwarm unterwegs. Und ja. Ich versuche mein Ding dazu beizutragen, im Unterricht auch aufzuklären. Ich habe garantiert schon über 100 Menschen erreicht, insgesamt mit Aufklärung, mit Notsituationen, mit denen ich versucht habe zu helfen. Aber es ändert sich ja nichts. Okay, das sind jetzt gleich die drei Minuten voll. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.